Entschuldigung, können Sie mir helfen? Natürlich. Ich brauche eine Lampe für die Dusche. Eine Lampe für die Dusche? Ja, Duschlampe. Habe ich mich gerade verhört? Duschlampe. Aber schmilzt du? Wieso? Duschlampe. Duschlampe! Duschlampe. Duschlampe! Duschlampe. Duschlampe. Hey, Dicker. Hast du meine Schwester gerade Schlampe genannt? Ah, nein, nein, ich habe Duschlampe gesagt. Jetzt hat er dich Schlampe genannt. Nein, nicht Tischlampe, Duschlampe. 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 Such dir eine andere Schlampe. Spoppel. Mach spinnst du, du hast ihm gerade den Zahn rausgehauen. Nee, das war ich. Ich war das, Mann. Ich habe ihm aufs Kinn gehauen. Das war ich. Bruderchen. Scheißegal, wer das war. Gewalt ist keine Lösung, habe ich euch doch schon tausendmal gesagt. Entschuldigung, die sind eigentlich gar nicht so... Was gehen Sie für die Windeln? Geht aufs Haus.